du bist die sylvanerin vom boden die hatten gerade irgendwie miteinander geredet ja ich bin die sylvanerin die sagen dann bestimmt was anderes wenn jemand anders hier vorbeikommt so und ihr seht ihr schon f14er kokosamen noch zwei drei porte offen wir haben also noch einiges zu erledigen triporter die drei dann haben wir alle aktiven porter fertig 21 5 prozent ja ganz viele sammelstücke müssen wir noch machen mit dem wein gucken auch noch mal ob wir da irgendwie was hinkriegen diesen mal beck weinen jetzt brauchen wir noch panoramen und so weiter ja wir müssen ein bisschen was tun so aber geht voran reden wir mal mit denen hauptmann der aufklärung wie bist du her gekommen bist du laurel gefolgt wir sind hier um laurel aufzuhalten was ist das für eine blasphemie eine person vom boden versucht sich in die inneren angelegenheiten ergatias einzumischen ja wenn wir jetzt mal gucken das ist dieses ganze gebiet hier ewige klippen triangle und so weiter und das ist auch schon das letzte gebiet hier in elgatia ja also die vier gebiete gibt es die hauptstadt die hysteria gärten da waren wir schon und jetzt halt hier der ort an dem sie einst mit den göttern kommunizierten hoch über den wolken der zum heiligen kiangel führt bewachen in die lase nicht mit großer wachsamkeit also hier die für landdorfsberg letztes gebiet und danach geht es irgendwann nach plätzia wie wann wie was weshalb und so weiter weiß man noch nicht ja aber ihr seht da kommt noch was wir sind schon ziemlich weit tieferes ist ein lase nicht die nicht von früher kenne er war hier fragen wir tüferus nach laurie wie erklärt die worus die ganze geschichte als karl es die neuigkeiten über die geschehnisse am portal überbrachte war ich verblüfft hätte jemand anders so etwas erzählt ich hätte es ignoriert aber wenn es von dir kommt in die die vorzögert wir müssten laurie folgen laurie ist auf dem weg zur spektrum halle du musst den strahlenden fahrt öffnen um nach kiangel zu gelangen da vorne sind wachen es wird einfach sein sie zu überzeugen wenn ich dich begleite ich will es selbst sehen ob er wirklich den willen des lichts gebrochen hat vielleicht gehe ich mit dir nie wenig nach all dieser zeit eine chance in die wir zu unterstützen hört alle her wir verfolgen in die weh jawohl sehr gut der für landdorf wird durch strenge sicherheitsmaßnahmen geschützt wenn tüferus uns hilft können wir unnötige kämpfe vermeiden das hört sich doch gut an so jetzt müssen wir nun müssen wir den weg skeptrums halle liegt weiter im inneren jetzt kommen sie wieder kämpfe wenn ich bin ich zu laut ist sagt bescheid ich glaube ich mache das generell noch ein bisschen leiser oder ja macht sind ein bisschen leiser machen macht sind so ja und wir müssen jetzt auch so ein bisschen gucken wo sind mokokosam wo sind sammel items was muss ich hier noch alles so finden ja das ist was das ist noch interessant jetzt so wir müssen natürlich auch eigentlich immer monas aufgaben mitnehmen also die aufgaben nicht die normalen quest aufgaben sondern die tagesaufgaben hier die von den gildenanfragen moment immer noch abgeschlossene sachen nein möchte ich nicht so gildenanfragen hier genau einmal koopkampf würfel nach angeln soll ich für die gilden quest nie angeln ist nicht so mein ding und jetzt irgendwelche tagesquests für ohne zu machen da kriegen wir sowieso nicht die gekommen lassen wir das gut sein wir machen weiter quests normal und ich gucke mal gerade auf den guide ob wir schon was verpasst haben so und zwar hier in der ecke müsste ein mensch da ist er jeder ohne guide die nicht gesehen so jetzt haben wir ihn auch jawohl er steht im genau wütender horn ulbrus steht jetzt auch hier mit drin 21,9 jawohl es geht woran so mag ich das so ecke nur weiter das gebiet wo die sind ja gut was sind das denn für viecher himmel big und alle weggeplatzt so und was haben wir hier ja unseren ersten mokoko samen im gebiet sehr schön ich liebe es mokoko samen zu sammeln ja das sind schöne sammleitungen dafür kriegt man auch gute belohnungen und so weg war ich muss mal gucken ob wir irgendwie mit dem arg pass hier was tun müssen ja hier unten kriegen wir so ein bisschen belohnung wenn wir den arg pass einhalten oder sammeln machen was sind das für viele viecher die gehen gar nicht tun und hier soll auch noch mal irgendwo ein eingang aber ich weiß nicht genau wo sein ich glaube machen erst mal die quest bevor wir hier weiter gucken wir müssen irgendwie nach unten kommen aber hier ist ja nirgendwo irgendwie ein zeichen für ein geheimgang kommt schaffen wir nicht so bärenwein wurde zu schokoladenwein geändert der traum wurde weiter vergoren verströmt nun neben dem bären auch ein schokolade ist wenn du ihn noch weiter verkehrt wird dazu wein mit einem reichen eleganten duft ok ja noch eine stunde ok krass gut dann müssen wir wohl noch was machen ich kann ihn nicht erreichen oder ist nicht gut kriegen wir noch keine connection zu den lücken hier ich werde immer nervöser versuche mit hilfe von zaubersprüchen kontakt mit titaner und umgel aufzunehmen aber ich erreiche sie nicht was wenn lauriel bei uns dann aufkommende angst so hier müssen wir mal zu diesem monster hin da sind noch ein paar mokoko samen und so müssen ein bisschen aufpassen na er ist hier sowas wir kamen zu spät der pfad des lichts also irgendwas leuchtet da schon warum wieso weshalb wissen wir nicht naja gucken wir mal also hier soll auch wieder irgendwo zusammen sein ich weiß noch nicht ich glaube da müssen wir irgendein lead für spielen können oder sowas zugriff lead de la zenith erforderlich ja den haben wir noch nicht sehr gut stein der bindung ist immer schön so dann haben wir hier unten noch einen für den abenteuer vor die hand angeblich ich sehe ihn gerade nicht doch da ist ja wohl den haben wir auch wieder was geschafft so mag ich das ok lite la zenith haben aber noch nicht ich weiß gerade gar nicht genau wo waren das noch mal drei tiere musik ich weiß nie wo die musik ist im moment doch da notenblatt seht ihr lied de la zenith ne ist da ganz unten haben wir noch nicht ok und dann kommen wir mit innen hier noch mal mit man kann ja nie wissen wenn man sammeln items findet wenn man eigentlich sind ja generell auch wichtig für die hier zu nutzen ja aber wir finden noch selten welche ist halt schon schade da kommen die machen wir eigentlich alle auf zack fertig wieder einen platz mehr hier die auch alle aufmachen wieder einen platz mehr so räumen wir doch alles mal schön hier auf hier muss mir zwei erst mal der strahlende fahrt war schon geöffnet wir kamen zu spät ok wir kamen zu spät das hört sich nicht gut an laurel streitkräfte blockieren den weg voraus wir müssen gegen sie kämpfen hier in dieser klasse dass er nun sagt dass hier um auf der map zeit dass ich helfe ja ich werde das gespräch suchen da muss einen grund für das haben was er getan hat einen grund den wir nicht begreifen laurie lebt nur für unser wohlergehen ich bin sicher dass nicht schlimmes passieren wird wartet was hat das zu bedeuten ja ok komm das ist der befehl lautet jeden zu töten der sich nähert egal wer es ist beseitigt die eindringlinge ok gut wir haben keine andere wahl wir müssen dadurch ja wir müssen auch gleich durch haben wir jetzt noch nicht jetzt machen wir erst hier noch ein bisschen auf von arbeit hier in dieser ecke in diesem in dieser sackgasse ist noch ein bisschen was was wir tun müssen einmal ist hier mal kokosamen gucken ob hier noch einer ist mich hier oben in der ecke soll auch noch irgendwie sowas sein es braucht mut um diesen berg zu verteidigen ja wie viel mut braucht man denn 350 mut schauen wir mal wie viel mut haben wir 345 so jetzt gucken wir nach ob wir den mut erhöhen können indem wir ich bin immer so knapp an der an der grenze des mut umzuschalten das ist ein bisschen doof ist das weil immer so knapp unter der 350 fisch ja 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 jetzt nochmal skinlager wollen irgendwas was statt güte mut gibt ne also hier das zum beispiel es braucht mut um diesen berg jetzt haben wir genug mut habt ihr gesehen zack fertig ende gelände wo sind wir wir sind keine ahnung wo doch wir haben den mut zusammengenommen sehr gut also haben wir hier dem kokosamen drei von 14 sehen die ziemlich klem klem aus aber man kann das hier ausschalten so zack fertig es braucht mut um diesen berg zu verteidigen und jetzt können wir weiter in der geschichte gehen oder wir gucken noch mal in die andere ecke was haben wir dann noch charisma 350 kommen auch hier in anderer ecke wir schauen mal wir gehen mal weiter so zack bezwingt laurie als soldaten da sind ja schon ein paar hier geht ja uki zucki ja bevor die alle tot sind müssen wir noch mal hier kurz in die ecke gucken ja leider nie irgendwie ein sammel item ne also kann es so etwas liebliches wie ein kann überhaupt geben so und der lässt uns durch für charisma da lässt er uns nicht schauen wir mal wieder charisma 345 jetzt müssen wir also irgendwas anziehen was mehr charisma hat ja dunkel laufen charisma haben wir schon was an mit 20 ok die brille müsste irgendwie charisma haben dann haben wir es gelöst da haben wir eine brille mit charisma zack alles so genau fünf zu tief ist auch blöd irgendwie immer so jetzt dürfen wir rein und auch hier natürlich alles nur für einen mokoko samen so das war es schon kann es so etwas niedliches wie ein kani überhaupt geben und weiter geht's die ist meine geschichte jetzt gehen wir zu den soldaten hoch hier so ergazier krieger aber den schon ergazier plenker die formation wurde gebrochen gehen wir zu skeptrums halle das sieht doch gut aus läuft doch wir brauchen nicht weiter zu killen eigentlich nicht machen wir den kieler auch noch weg plenker haben wir gekillt nicht krieger so das war jetzt der krieger jawohl plenker und krieger haben wir gekillt sehr schön hört sich schon mal gut an haben wir schon mal 22,6 prozent gefällt mir jetzt hier noch den name weg hauen ne so wenn dann richtig es ist echt nie ein es ist wirklich nie ein ding es ist wirklich nie ein ding drin ein sammelitem in die ganzen steckt denn hier alles ohne sammelitems ist das alles für sie hier aha endlich mit ruhe mit federn immerhin das ist die was was ist das alle gelehrten sind tot das ist nicht gut untersucht die zusammengebrochenen lasenit gelehrten was ist hier passiert atemstillstand keine gute sache es ist zu spät ich sehe mich mal um ich werde die tana und umbeja suchen gariane gehen mit neneved ins innere ich komme bald nach ok schauen wir gleich mal wir haben aber hier noch in der ecke ein mokokosa den nehmen wir natürlich auch mit manchmal steht hier auch ein fahrender händler der ist aber gerade nicht da so und dann haben wir hier eine errungenschaft ein shankan chicha hat ein ding sollen wir hier auf der seite gucken ob das hier ist irgendwo da ist es ein ich finde es kanchan chicha 2 ok finde einen ersten am philantusberg ja den haben wir gefunden das ist auch schon mal schön ein kanchan chicha nee ist klar coole sache noch weiter hinein das alles ist allein laurels schuld ja ist es laurel ist ein ganz schön krasser böser kern geworden er schlachtete unschuldige ab und missachtete den willen des lichts du und in die welt ihr hattet recht bei regulus ja so ist es laurel aktivierte den strahlenden fahrt nach kai angel wohl gewaltsam ja sieht so aus alle die sich ihm widersetzen wurden getötet nein 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 warum bist du vor 500 jahren nach kai angel gegangen was ist in kai angel kai angel kai angel und nachträglich ein luthera holte den schlüssel den die lasernit lange aufbewahrt hatten für die auserwählten danach versteckte luthera sich eine zeit lang als er zurückkehrte sagte er er würde den preis bezahlen weiter hat er uns nichts gesagt das einzige was ich spüre war die starke anwesenheit von etwas seltsam als wir in kai angel ankamen im kai angel besteht alles aus licht einem licht das ich das ich anfühlte als würde es über uns wachen ein schlüssel davon habe ich noch nie gehört ja davon habe ich schon ein paar mal gehört nur nicht so richtig wo man damit hinkommt untersuchen wir die umgebung ja machen wir das ok kariane was wir im würfel gesehen haben aus den anderen zeiten die laurel uns schickte erinnerst du dich an die letzte die wir gesehen haben ja die lasernit die durch speere sterben laurel sagte regulus habe niemals vor gehabt ihn zu vergeben worte die als lasernit dort töteten aber wenn das stimmt wie oft hat laurel uns im würfel sterben sehen all diese dinge müssten gewesen sein um solche situationen vorzubeugen richtig um also die lasernit nicht zu stören muss laurel deshalb um jeden preis nach kai angel gelangen kaland sagt dass der würfel nicht die wahrheit ist ja das dachte ich auch es sind alle zukünfte die nicht geschehen sind das ganze ist nichts als eine illusion die die dort gestorben sind und die leute die in acesia kämpfen sie sind echt lass uns spektrumshalle betreten vielleicht erfahren wir dort mehr ok so gehen wir mal weiter rein oh oh untersuchen die blutflecken hier das sieht nicht gut aus ein langgezogener blutfleck keine gute sache nicht so schön untersuchen fuß abdrücke von wem sind die suche noch weiteren hinweisen ok spuren der götter finde finde prozions ne hier finde spektrumsstatur in spektrums Halle schön haben wir den auch gefunden ok dann müssen wir weiter erkunden suchen nach weiteren hinweisen was hier passiert ist ist das ein riesenstapel Bücher oder so aha wieder so ein Buch wie im Büro gehst du nach Kai Angel? wir brauchen jede Hilfe um den Pfad zu öffnen Lauriel du weißt wir folgen dem Willen des Lichts unsere Loyalität gilt Regulus und nur Regulus ich verstehe schade Lauriel nicht du sollst seinen Namen nicht laut aussprechen uaah 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 hm war nicht viel was wir da jetzt rausgefunden haben hey hört mich jemand? wir suchen weiter nach Überlebenden ich höre eine schwache Präsenz sind die Überlebenden leider nicht da draußen? hm ist da irgendjemand? ich hab da drüben was gehört da drinnen flüstert etwas da ist ein leises Geräusch das Geräusch hört nicht auf bist du der Sasakiel? hier! nach einer Weile erscheinen wie aus demnächst eine Person Titania hier bist du aha sprich mit der gelehrten Titania Lauriel und seine Truppen überfielen diesen Ort ich war ihm gegenüber misstrauisch und ich schaffte es den Direktor und die gelehrten zu überreden sich zu verstecken aber so viele Leute was mit den anderen? Umbriel verließ diesen Ort allein um Lauriel zu verfolgen die anderen Titana dreht sich um und gibt ein Signal worauf die die sich verborgen haben aus ihren Verstecken hervorkommen aha die Außerwärter ist es an der Zeit dass Kajangel wieder öffnet aber jetzt wird es hier wieder ein bisschen beliebter was? ich bin Frohnes ich beobachte das Heiligtum in Skeptrums Halle aber ich hätte nicht gedacht dass so viele meiner Kollegen umson sterben würden Frohnes schweigt eine Weile Kajangel ist der letzte heilige Ort den das Licht geschaffen hat ich habe durch meine Forschung versucht die Absicht des Lichts zu ergründen diesen Ort dort zu hinterlassen in der Zwischenzeit habe ich auch mehr über Kajangels Macht erfahren in Kajangel gibt es eine Kraft aus reinem Licht die Regulus hinterlassen hat ich nenne sie das Auge des Lichts das ist ein Geheimnis das nicht einmal das Schwert der Lassenit bekannt ist ich weiß nicht ob Lauriel es wusste aber er nahm alle Informationen über das Auge des Lichts von hier mit als ob er gewusst hätte wo all diese Informationen zu finden sind das Auge des Lichts hat immense Macht um das Licht der Welt zu schützen Lauriel will diese Macht für sich wir müssen ihn aufhalten würdest du bitte deine Hand ausstrecken strecke die Hand entgegen eine sanfte Energie beginnt aus Frohnes Hand zu strömen dann erscheinen Buchstaben in der Luft die einer nach dem anderen auf ihren Handflächen zur Ruhe kommt vor langer Zeit als ich noch jung war erhielt ich im Tempel der Wahrheit eine Prophezeiung du wirst den Rest deines Lebens für die Sünden leiden ein Geheimnis zu bewahren das du nicht kontrollieren kannst aber du wirst wissen wann du vom Schmerz befreit wirst ich denke dieser Augenblick ist gekommen nachdem Frohnes gesprochen hat schließt sie die Augen und steht eine Weile schweigend da so fühlt es sich also an eine Wahl zu treffen du musst Lauriel aufhalten für jene die gestorben sind Möge das Licht auf dich scheinen ja das hört sich doch gut an ich habe irgendeinen Buff gekriegt und jetzt sind hier auch andere Spieler und viel mehr Figuren das ist viel mehr NPCs Azaikil beginnt den Lichtkreis sorgsam zu interpretieren das ist ein Siegel darin befindet sich ein Schaubild von Kiangel Kai Angel Hort der Götter ein heiliger Ort dem man sich nur mit Erlaubnis des Lichts nähern darf bei Lauriels Plan geht es um eine Sache das Auge des Lichts das Auge des Lichts das Auge des Lichts von den Göttern geschaffen um die Ordnung zu erhalten Lauriel will seine gewaltige Macht des Lichts für seine Zwecke nutzen dann also nach Kai Angel beeilen wir uns ja immer noch wollen wir nach Kai Angel das habe ich verstanden an diesem Schaubild ist etwas Unerwartetes von dem ich dir berichten möchte das Auge des Lichts ist die Macht die Kai Angel am Leben hält wenn dort das Licht erlicht könnte Kai Angel zusammenbrechen falls das geschieht werden Arkesien und Delgatia Azaikil kann einen Moment nicht weitersprechen wir müssen Lauriel aufhalten bevor er das Auge des Lichts aktivieren kann das ist übel die ewigen Klippen wurden angegriffen oh das hört sich nicht gut an Lauriel er hat die ewigen Klippen erreicht an diesem Ort öffnet sich der strahlende Pfad sein Ende führt nach Kai Angel wenn der strahlende Pfad offen ist wird der Philanthosberg eine heilige Barriere errichten um die zu beschützten die unterwegs nach Kai Angel sind und auch zum Schutz der Klippen wenn jemand andere diese Barriere überwinden will muss er die Konstellationssphäre entfesseln um sie zu deaktivieren überqueren den See dort finden sich die Konstellationssphären ok kompliziert wird es gerade hier du musst die Barriere deaktivieren bevor Lauriel Kai Angel erreicht er hat sicher Truppen entsandt um uns aufzuhalten wir müssen sie ablenken Lauriel weiß dass wir hinter ihm her sind ok ja gerne ich sende den Philanthos Wachen eine Nachricht sie werden bereit sein dir jede Hilfe anzubieten super das hört sich gut an ich habe nicht einmal in meinem Leben am Wille des Lichts gezweifelt selbst wenn jemand durch seinen Urteil starb versuchte ich zu glauben dass dies sein Schicksal war aber wenn ich das hier sehe weiß ich nicht was ich hätte tun sollen ich hätte selbst entscheiden sollen was richtig und was falsch ist und jetzt jetzt habe ich meine eigene Wahl getroffen diese unschuldigen Toten lassen sich nicht rechtfertigen auch nicht indem man sich hinter einem Orakel versteckt er sagte dass er zur Konstellationssphäre geht um das Relikt eines Gottes zu aktivieren ist eine große Menge Licht erforderlich ich werde den Wachen befehlen das verstreute Licht aus dem Philanthos Berg zu sammeln und ich werde helfen da uns die Zeit davon läuft wird es einfacher sein wenn du das selbst erledigst sammle das Licht und nimm es in deinen Körper auf dann wird die Sphäre reagieren geh zum Gehener See dort wirst du reines Licht finden pfff meine Güte wie viel quatschen die denn hier ich spreche hundertmal mit wir wissen doch jetzt dass wir nach Kyangel wollen was wollen die mir noch alles tausendfach erzählen wir gehen zur Konstellationssphäre ja ok und ich mache mir Sorgen dass Umbriel immer noch hinter Lauriel her ist ich werde ihn suchen während wir auf dem Weg zur Sphäre sind ich werde auch nach ihm suchen und das Licht machen und alles mögliche wenn Lauriel das herauswendet ist Umbriel für möglich in Gefahr nimm dies auf dieser Schriftrolle sind die Zauber erkennen Spuren lesend Aufzeichen eingearbeitet denk an den Namen Umbriel während du die Schriftrolle hältst wenn du Umbriel gefunden hast komm zu uns zur Konstellationssphäre sehr gut ich habe mich entschieden danke Typhorus dass du an mich geglaubt hast ok sehr schön so jetzt haben wir hier auch noch einen Zusatzquest bitte bitte töte mich nicht ich werde dir alles zeigen ich habe dir alles gezeigt bitte töte mich nicht beruhig dich du bist kein Soldat? ich dachte Lauriel Soldaten wären noch hier Lauriel das Schwert der lasse nicht Lauriel hat der Gas hier immer beschützt wieso hat er das getan? wieso? oh 3 Schöpfungssorgmente tröste ihn und beruhige ihn ok ich werde dir alles zeigen ich habe dir alles gezeigt bitte töte mich nicht Lauriel und der Soldat sind fort ruhig brauner ruhig nein du kannst nicht gehen dieser Ort ist ein Heiligtum wir haben ihn bewacht das kannst du nicht tun nein es tut mir leid ich werde dich nicht aufhalten ich werde es dir zeigen was auch immer es ist ich werde es dir alles zeigen ich werde dir alles zeigen töte mich nur nicht bitte da ist es du kannst es da drüben sehen oder? bitte bitte töte mich nicht was ist dort? ich zeig es dir wie man sie bedient du lässt mich am Leben wenn ich es dir zeige richtig? bitte ich werde dir alles zeigen dem Wunsch der Gelehrten zu folgen sollt ihn beruhigen was soll ich machen? erstmal machen wir hier die Dinger weg das sind die Quests die nicht im Moment wichtig sind so jetzt haben wir gerade eine Quest bekommen Ruinen des Überlebens zack schau dir die Momente der Forschungsbasis an ok machen wir das mal für ihn alles leuchtet hier so in Regenbogenfarben auch faszinierend irgendwie müssen wir auch mal gleich angucken was das ist der Text von dem der Glätte sprach Licht des Kiangel Heiligtums das Heiligtum von der Garzia Kiangel ist vor allem ein Ort an dem starkes Licht wohnt das bedeutet auch dass dort große Macht wohnt mhm Licht ist stark weil es rein ist reines Licht ist reine Macht und unglaublich gefährlich wenn seine Richtung nicht festgelegt ist je nachdem was eingesetzt kann reines Licht entweder extrem kreativ oder extrem zerstörerig sein ja Laser ne oder sonst hier kann man was oh wei oh wei schweben Verwandlung Regeneration Evolution die Erkundung der Zaubersprüche ok boah Folgestudien der durchgeführten automatisierten Puppenfertigung durch das Zusammenführen von Schriften gelangen wir eine Verwendung verschiedener Zaubersprüche ich kann das gar nicht bewegen das haben wir jetzt nicht so gut ok ok manche Bücher sind einfach viel zu fett Beobachtungsprotokoll Eulenbeeren ok ja Bücher halt ok haben jetzt nichts gebracht irgendwie Errungenschaftsmäßig aber wir sollen ja zurück zu ihm der Gelehrte scheint sich irgendwo versteckt zu haben er war in Eile und hat etwas fallen lassen ein Brief der Gelehrte muss es zurück gelassen haben um Kjangel zu gelangen musst du den Himmel öffnen und den strahlenden Pfad erklimmen das Gebiet und das Heiligtum ist durch ein mysteriöses Wolkenfeld geschützt das Heiligt verzehrt wenn du es also durchqueren willst erhebt sich eine riesige Lichtsäule ok wir kriegen einfach die Belohnung der Forscher ist weg Ruinen der Überlebenden wunderschön des Überlebenden dann haben wir das schon mal durch ok hier haben wir ein Panorama auch sehr schön immer wieder was für die Abenteuer von den Anden das gefällt mir 23,4 haben wir den schon Klippe von Sios haben wir das schon übersehen wir sind über den Gineasee rüber erhalte Alabasterlichtsamen ok und der nächste Triporter sieht gut aus geht gut voran damit noch 2 Triporter jetzt müssen wir noch ein paar Samen hier uns angucken ja aber das war es erstmal also im Endeffekt haben wir jetzt doch einiges geschafft wir haben ein neues Gebiet schon 2 Porter freigeschaltet jetzt haben wir hier auch wieder einen Händler und können ein bisschen was verkaufen wenn wir verkaufen wollen das ist doch schön haben sogar eine Bank hier eine Brieftaube alles ist da ja dann sind wir ja hier wunderbar gut ausgerüstet können sogar reparieren und damit am Ende für heute angekommen hier im Stream ja wir sind hier auf dem Philanthusberg im vorletzten Gebiet noch 2 verschiedene äh 2 verschiedene Triporter also der Gangl wird wohl heridian wird wohl des